Trash Runde Los So, wir nehmen natürlich unseren Victor, den wahrscheinlich am einfachsten zu spielenden Charakter im ganzen Game Äh, ja, weil der hat die meisten oder die höchsten Parallelen zu spielen wie Call of Duty oder keine Ahnung, so irgendwelchen Shootern halt, wo du halt nur wild rumballern musst und hoffen musst, dass du etwas triffst Los, 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 los Wo müssen wir lang überhaupt? Oh Ah, ja Bam, Alter, haben wir richtig geil gemacht gerade, schön aus der Flanke angegriffen, was mit ihm hier? Oh, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg Ich brauche einen Healer, Alter, ich brauche unbedingt einen Healer Noch einen eliminiert Rekus, was macht er hier? Er hat Oren, alles klar Saubär, manass Wir sind ein Gewinn Ich gucke auch, wie er von der Seite war Zack Fuck Ja, Mann, wir sind so geil, Alter Schaut mal an die Kommis Schaut mal an die Kommis Mit wem ihr soll am besten klarkommen Also bei mir ist es bis jetzt Victor Hat dieses Game auch gezockt, ich hoffe es Äh, vielleicht kann man nochmal zusammenspielen Schreibt in die Kommis, wenn ihr drauf Bock habt So, ich muss hier weiter konzentrieren Nummer 1 Oh, du Bitch, Alter Hier, fliegst du Du sie Ying, Alter Oh, ich bin schon Ich bin schon wieder tot Ich bin schon wieder tot Ey, es sind so viele, diese Tyra, ne Ich kenne die nicht, also ich habe die noch nie gespielt Ist das ein neuer Charakter oder so? Ich habe das Spiel seit Ewigkeiten nicht mehr gezockt, ja Ja Yeah 100% Erste Runde Gewonnen Much bigger Much bigger? Ohoho Ja, durchs Haus Natürlich Natürlich durchs Haus Geht so eine Rakete Ich bin Erster, heißt das Ich bin Erster Ich weiß es nicht Wurde man ja dann sehen 100% Die haben bis jetzt 50 Und haben noch 2 Minuten und 53 Sekunden Denkt man hier Fuck you Wo denn? Wo denn das jetzt? Ja, mal wieder vom Rücken, ey Ich könnte kotzen Im Rücken Ficken die mich, oder was? Mann, ey Nervt HALTER 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 Ich möchte wieder ein bisschen besser werden hier Die Kacken einen ganz schön an Don't give up 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 Wigg doch, Alter, nicht mit mir hier Ich bin der Wahre Jawoll, wir gewinnen das Ding. Männer, wir haben gewonnen. Okay, Boys and Girls, das wird es erstmal wieder gewesen sein mit mir. Ich bin TheBlocker, wenn ihr auch mehr Bock auf so etwas hier habt, dann schreibt es in die Kommentare. Gebt doch ein Like und ein Abo-Button, wäre natürlich übernice. Bis dahin, macht's gut und Cheerio!